neue Leute hier sind wir wieder zurück wir müssen denken wir nehmen das alles an ein Stück auf hier wir produzieren hier immer schon vor damit ich mehr arbeiten kann denn ich mache eh alles allein auf dem Kanal jetzt hier ich mache das mit dem Schauen sie ließen sogenannte Neuland Bonkers ich finde es schon ne geht so Bumbleman aber dann knickt er den auch noch das war ein sechter extra ich will dann hier drüben ey das ist ja so ein China Haus ich mag solche Häuser mir da 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 yeah she Wir sind weg ich hab jetzt hier nur reingegangen. hee? ah ok versteh schon. echt? wir müssen hier rein. da war er. warum? wir müssen eins runter. ok. traurig. tu ein bisschen was alleine. ich bin oben. ich vergesse das immer. warte mal. und halt das, wie sie so reingegangen hat. ja jetzt müsstest du. ach ach jetzt ja. ja da bist du reingegangen. ja da bist du reingegangen. ey komm jetzt mal ganz nach oben. ah ne. ich wollte rein. ja doll. super doll. ja na viel leid. ich sterbe gleich. bist du dein heavy? warum bist du? beste qualität. ohhh. was ist denn da? was ist denn da? okay. ich brauche ich nötig ist ja nötig du bist doch so väldigtины wie ich irgendwo und �� das ist ein Bild das ist ein Bild bis es sich zu tun ja auch so und ich habe ja es ist die Kirche die es gibt so wenig Musik ja ich hab den dicken Frosch Hilfe Alter das ist Mongo Mongo hast du toll gemacht Chase oh wo ist denn hier Chase und dann was hab ich jetzt nur eine neue Krach geholt wie heißt Spitter 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 also es gibt ja nur bei Tritt da kannst du ja drei Pritt Leben holen aber wir wollen ja nicht zurückkehren wenn wir sehen oh yeah komm wir jetzt dritten ja das kann man auch Wasser benutzen ich kann mich auch im Wasser benutzen das will nur keiner sehen mein Auber oh du bist doch so ein Arschloch ey aber wir hören ja oha bin ich gut oder bin ich gut du bist schlecht du bist schlecht siehst du ohne mich hätten jetzt auch den Trend freigezogen okay das müssen wir machen so hat gerade wie Rocco oder das Rocco aus dem Spiel Rocco und Moos 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 Rocco 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 und Moos Rocco und Moos riefig ich habe diesen es war das so ein Chicken Battle eh das ist so logisch heimaufe du bist so wieder der dumm Schnelldruck ich hab schon wieder anstrengt das ist der Ausfall Level 2 Echt jetzt? Mh. Wow. Du 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 du. Das ist am Anfang eh gezwungen. Ich hab das eben gesehen, du Arschloch. Und die sagen, nee, du bist ja nett. Das ist doch voll unwichtig, der Start. Oh. Nee. Ich hab schon mal richtig gewonnen, Leute. Ich hab sich sehr ultra-geid. Prima. Super. Super. Ja, prima. Bin super. Echt geil. Super geil. Hey komm, der ist so ein Krim. Pinker Kölbys. Super, 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 prima. Echt geil. Jaster. Dritter Jungs, dritter. Hat noch nie jemand geschafft im Leben. Du 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 du. Hä, ich hab 900 Punkte, bin aber nicht erster weiß. Ey, du bist scheiße. Cool. Ich hab mir der Marsteller gehalten. Echt? Ja. Die hat sich doch voll lange wie bei Star Road oder? Echt? Mach uns Star Road. Ja. Also dieser Track. Echt geil. Echt geil. Echt geil. Was bist du super, Seige? 3. 25. Oh, ich hab einen Dott. Ich hab einen Dott. Ich hab einen Dott. Dott Modus. Dott Modus. Okay. Ah, das ist ein Malzitomätow. Oh, meine Lieblings. Häh. Schwul. Und ich hätte die das davon überleben können. Natürlich nicht. Woher einer Kreis? Ach, es gibt nur, die Stich zwischen Eis und Frost. Janna Klaro Wunderbaro Mit die Schnauze Kennst du das? Das war ja was mit so einer Pink Roll, ne? Ja Wunderbaro Mit die Gepäck im Game Boy da Ja genau Das wäre mal richtig unnötig Hast du irgendwas im Anzünden? Jana Klaro Wunderbaro Dann kann ich nochmal zurück Nein Zurück Nein Na klar, nehmen wir das anzünden Wunderbaro Wunderbaro Na, wieso geht es nach hinten? Oh, immer diese Raudis Hier sind die Raudi Hallo, geh da hoch Ach, ich bin da vorne Nein, ach, ach, der Zett Das war wieder gekonnt Das war wieder gekonnt Das ist gekonnt Soll ich jetzt mal ohne ihn weiter, der kann nix Komm schon, ich wohne Leben, Leute Ihr seid doch alle scheiße Weil du so in Leben geil bist, oder was? Ne, ich hab schon zwei weniger als du, Juni Als ich gut bin Ich kann's halt Nummer 6 Dann hat er fast jedeselbe so'n Schalter Oh, ne, umso Ufo Ich hab so'n Arsch auf Schon ein zweites Na, was, was? Ich lebe noch Ey, wie ist das, lebst du noch? Ich hab, ich hab Cheats Geh mal kurz in die Tür rein und raus, ne Dann musst du noch ein bisschen lustig Oh, sieh mal, Juli Du warst in den Ufos Und du kannst gar nichts davon haben Doch, der wird leider nicht so blöd Oh, guck mal, Juli, ein Ufo Oh, du Wichser Ja, guck mal, Alex, kein Ufo Guck mal, Juli, ich bin so gut, dass... Ich weiß, du bestürbst gleich Ich bin so gut So, guck mal, Juli, ich hab wieder Ich hab's gelb Ich hab's gelb Ja, ich hab's gelb Mehr will man noch nicht Ich hab's gelb Wenn du das jetzt eherst, man, muss ich die Kärchen holen Du musst ja da oben Du musst jetzt nicht als Runde rein, du deswegen, ne Ich bleib hier noch blöd stehen in der Welt so erinnert schon mal Alter, wie geil das aussieht Ist mir das runter? Ne, das wäre natürlich Gute, probier's mal Ne Ich hab mal getroffen, das ist gut von dir Oh, gut, von Chase Ich hätte verfolgt von Chase Guck mal, ich hab das gut gemacht hier Ich bin da drin Du musst das komplett aufleiten Hast du aber auch nicht Nö Nö Das ist ja einfach Sonst kommt halt der Decken wieder Und das soll nicht fertig machen Ich fühl mich beleidigt, weil Kalubo aufgekriegt hat Der ist so ein dreckiger Penner So, ich kann's alles alleine machen, ne Ich kann's alles selber nix So, ich kann's alles alleine Ich kann's alles alleine Ich kann's alles alleine Ich kann's alles alleine Geh kaputt Was ist man hier Das eis Echt? Ich hab' ich, ich hab' ich, ich hab' ich Du musst das jetzt geben Ich hab' ich, ich hab' ich, ich hab' ich Ich hab' ich, ich hab' ich, ich hab' ich er ist nicht es war bei oben die jahre es gibt ein burs sei schluss hier kommen so um oder der Verstattung der Boxer so was sie schon wo der Schoen perfekte Teamarbeit hier der Jahrhundert derjenigen so auch wenn man ich möchte es ja nicht aus saustank, wenn du alleine gegen den Kämpfst also, wir haben beide so überlebt du was oooh echt? hast du das gedacht? boah, wie die hier abgehen hier ok ok so, jetzt ist hier ein bisschen kosmik du bist sehr schlecht ich weiß und du stirbst als nächstes ne, ich hab's ge... ja, tot ja du hast gesagt, sie sterben nicht weil ich vorgehe dann muss man noch frei wenn du die sterben sexy ach, jetzt ist ja noch was machen hier das war zu sexy ja, ja, so ist das Leben auch irgendwie immer für eine Art überraschend mit das Game, ne? das wissen die meisten auch nicht bestimmt hier, dass das hier geht was ist das? ja ja das sieht man aber das sieht man aber ja und natürlich Opel Opel Plus Opel Plus Opel Plus was hast du denn vor? was hast du denn vor? das hast du geschissen es ist ja auch sichtlich gewesen ist jetzt und habe ich uns vorhin zu sehen ist das ist episch dabei verschwinden die solle sei warum wenn ich habe Juli so ganz schön dann sind und jetzt läuft hier ja wir sind Gamer so jetzt kommt das Pantennis Pantone Pantone händen auf der zwei leute das heißt jetzt wird es schon richtig schart leute Fustus das war gut leute du Penner der hat mir die Augen zugehalten der Wichser das stimmt gar nicht voll der Standard Wichser der Lüge der kann halt nichts Leute merkt sich eigentlich Juli ist der größte Penner den es gibt es gibt Stimmungsdauer Orkale Bede die Musik ist geil ja das war sehr vernünftige so ein Arschlo weil das bis jetzt noch gar nichts das gemacht was ist mir die Augen zu tun ja toll 80 Bosskämpfe Beckermann so der hat eh nur noch 1 KP oder? ne der hat eh nur noch 1 KP oder? ne der hat eh nur noch 1 KP oder? ne der hat eh nur noch 1 KP oder? was denn da? ich kann in den rein komm sie den mal durchgefügt kann man nicht mal schneiden sohne 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 ach der hier ne den kann man auch so besiegen da setzt sich einmal ein und das kannst du ja machen ist so ein Eier kommen für den das zu verschwenden ist doch behindert oder? nö sohne ich immer wenn die 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 wir wissen ich weiß ob ich noch immer das es ist geil und wenn das hat er sich in sieben ich habe ein Köln 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 kenne mal in der Warte stehen oder wurde von grüßt geboren die Läderung da hat er schon nicht mehr geben können aber ist voll geil aus dem die Hälfte wahrscheinlich die Tüte die Tüte am Ende so ein paar Konzerne für Töntel doch mehr da wenn andere holt sich bekommen ohne jähr kommt mit der letzten Abel Appelbaum du bist du und ich krieg den Buhr das ist der Aktie er hat sie gesagt das war so klar die Stärkste das ist schon und ich werde schreibe ich mich mal kurz an hier um ja die kann auch böse enden wow boah ist der aggressiv ey meine Kraft ja das ist ein Boogie nehm ich halt die Mose oder wenn ich es halt verliere kommt die Retschein vorhin so ah warte ich glaub der packt gar nicht der will jetzt wieder die Viecher holen ne ja Assi hey ey guck mal wir sind die Brüder in blau und in rot jetzt sind die Kämpfer Brüder hier komm jetzt noch der weg ah der ging auch was mach ich denn warte ich mir meine Kraft behalten Bär ja ne bin ich auch mal unbesiegbar oder so für ne kurze Zeit ja ganz kurz aber ja komm nein jetzt hast du beide geil soll wollte ich nicht ich kann gar nicht du kann gar nicht gehen oder Gott der ist jetzt immer so ein Bodysherrn nein so nett den muss ich machen wie naja den kannst du mit Abzug gucken also ich kann ja nett killen denn im Flotter wurde es aus und ziel wir haben nichts wir haben nichts Hau dir in den Namen diesem es annehmen muss jetzt alleine machen ja das ist scheiße wird dauert jetzt etwas aber ihr könnt ja hier die epische musik hören kratzt nicht so komm springen lieber auf die schnauze noch zweimal dann hab ich ihn glaube ich auf mich alles zu fressen was denn ich bin zufrieden am Mann der wenige als in die Ecke spät natürlich nicht das nein auch kommt schon die Städte ich hatte nur ein KB das war das 3 von 3 da kommt noch einer das kommt nicht vor der letzten ist ja schwer äh Zildern doch oben irgendwas wollen wir doch mal zum Ziel kommen das kommt jetzt noch im Kampf das sieht nicht so aus da tut ja irgendwas passiert doch nicht das ist ja das ist ja klar sind sie jetzt und wie es dann weiter geht sie mit dem nächsten Partner ja wie hier der Weltraum und so noch wird das Ende da alles im nächsten Part und ja Tschau